hallo und herzlich willkommen zurück zu inside wir haben herausgefunden in der letzten folge dass wir ab sofort unter wasser atmen können und das ist jetzt alles etwas so skurril wird weil die natur phänomene jetzt wie schwerkraft nicht mehr so richtig funktionieren ich warte ja nur auf unsere freundin unter wasser ach so wir haben ja jetzt unendlich viel an energie wir warten bis die weg sind und dann drücken wir hier den knopf was auch immer der bringt die machen mir aber nichts okay die folgen mir auch so da fehlen halt bei manchen die gliedmaßen aber gut hallo gucken dass auch hier alle da sind so ihr müsst mich jetzt einmal hier hochwerfen stopp hier hoch ich komme nicht weit genug nach oben was haben wir jetzt übersehen was haben wir jetzt übersehen ah hier erstmal nach oben gucken ob das was gebracht hat jetzt können sie mich hier nämlich hoch schnicken nein nein Ach, oder hätte ich oben irgendwas machen müssen. Okay, höher als so komme ich nicht. Nee, wahrscheinlich muss ich genau auf das Rode fallen. Ich habe es. Los, folgt mir alle. Da werden im Prinzip Tote zum... Da werden, glaube ich, die Toten halt wieder erweckt. Ach so. Die müssen mich rüberwerfen. Hatte bis sie gedauert, bis ich es mal wieder verstanden habe. Nein! Die einzigste Person, die nicht mehr aufsteht, bin ich. Nein! So, die haben jetzt ihren Zweck erledigt, oder wie? Da rennt einer. Da rennt noch einer. Aber wieso sollte ich jetzt hier rüberkommen? Ach, die fangen mich. Gut, die können nicht sterben. Dass der sich noch kein Knöschel oder so gebrochen hat, ne? Wo fahre ich hin mit denen? Okay, stopp. Ah. Alle drin? Alle drin? Oh. Oh. Da sind auch zwei, die rennen. Wiedersehen. Da rennen jetzt noch zwei. Okay. Gibt es auch noch Überlebende, so wie wir? Oh. Ihr werdet beobachtet. Hä? Was sieht man denn da? Ah, ich komme hier hoch. Aber die haben jetzt nichts gegen uns scheinbar gehabt. Was wird denn hier so dringend beobachtet? Ach so, ich stehe selber auf meinem eigenen Weg. Jetzt bin ich aber auch aufgeregt. Also, was haben die da alle so schnell beobachten müssen? Nee. Gehen wir nochmal kurz runter. Ah, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Hey, jetzt gibt es eh keinen Rückweg mehr. Wären wir doch mal oben rum reingegangen. Okay. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Was ist das hier? 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 Was ist das hier?